Hallo Kackbratzen! Für viele gehört Kaudelka wohl zu den besten Rollenspielen, die für die PS1 veröffentlicht wurden. Schon bei der Ankündigung waren die Erwartungen hoch, denn entwickelt wurde das Spiel von Sacknoth, das von ehemaligen Squaresoft-Mitarbeitern gegründet wurde. Was sollte also schon schief gehen? Als aber dann Kaudelka, das irgendwie eine Mischung aus Survival Horror mit einem Sack voll Rätseln und einem Rollenspiel mit dem klassischen rundenbasierten Kampf auf dem Markt kam, zogen einige Fans lange Gesichter, denn genau das leicht kaputte Kampfsystem war ein Ding, das dem Hype den Wind aus den Segeln nahm. Sacknoth versprach beim nächsten Titel nicht mehr dieselben Fehler zu machen, als man ein neues Spiel quasi zum Start der PS2 ankündigte. Und so schlugen die Herzen höher, als man hörte, dass man mit Shadow Hearts ein grundsolides Rollenspiel entwickelt, dass das gute Kaudelka in jeder Hinsicht übertreffen sollte. Leider beging man erneut einen schwerwiegenden Fehler, der für das Spiel beinahe noch schädlicher war als ein defektes Kampfsystem. Man veröffentlichte Shadow Hearts kurz vor dem Release von Final Fantasy X. Gegen diese Konkurrenz konnte man nichts entgegensetzen und das ist eigentlich ziemlich unfair, denn meiner Meinung nach könnte Shadow Hearts mit dem Rollenspiel aus dem Hause Square locker den Boden auffischen. Was die Verwandtschaft von Shadow Hearts und Kaudelka betrifft, so kann man nicht direkt von einer Fortsetzung sprechen. Mehr handelt es sich um ein Spin-Off, das nach den Ereignissen des großartigsten Rollenspiel aller Zeiten spielt. Trotzdem enthält es einige Elemente, die Spielern von Kaudelka sehr vertraut vorkommen werden. Die Story von Shadow Hearts folgt der Geschichte eines jungen Mannes namens Yuri Hyuga. Der junge Herr ist ein kleiner Sonderling, da er zu jeder Zeit mit den Seelen von Dämonen verschmelzen kann. Während einer Zugfahrt kommt es zu einem Massaker durch die Hände eines Zauberers namens Roger Bacon. Dank einer Stimme in seinem Kopf erhält Yuri den Auftrag, ein Mädchen namens Alice mit all seiner Kraft zu schützen. Die Tochter eines abgeschlachteten Priesters soll angeblich der Schlüssel zur Zerstörung der Welt sein und es wäre ziemlich ungut, wenn sie in die falschen Hände geraten würde. Und hier beginnt nun das spannendste Abenteuer des wohl besten Rollenspiels, das wir auf der PS2 finden können. Sicherlich mag die Geschichte auf den ersten Blick etwas käsig erscheinen, aber je weiter man in das Spiel vordringt, desto mehr wird einem klar, wie tiefgründig die Geschichte ist. Sie wird einem ab der ersten Sekunde in den Bann ziehen und man möchte einfach mehr erfahren. Wie auch in Kaudelka darf man sich aufgrund des Gothic Horror Settings auf einen sehr düsteren Plot mit jeder Menge Magie und seltsamen Göttern freuen. Doch bei alledem behält die Geschichte immer noch eine gute Portion Humor bei, die teilweise aus leicht anzüglichen Anspielungen bestehen. Eines der ersten Dinge, die man bei Shadow Hearts allerdings akzeptieren muss, ist die Grafik. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es ein schrecklich hässliches Spiel ist. Aber es sieht dann doch etwas merkwürdig aus, wenn sich auf den wunderschönen und aufwendig vorgerenderten Hintergründe sich Charaktere bewegen, die man aus einem alten PS1-Spiel entnommen hat. Die Charaktermodelle wirken ziemlich zackig und man hat das Gefühl, dass man vermutlich aus Zeitgründen sehr überstürzt in Produktion gegangen ist. Ganz deutlich wird das vor allem im Kampf. Auf der anderen Seite sehen die Zwischensequenzen einfach großartig aus. Im Prinzip wie auch schon in Kaudelka. Leider gibt es nur sehr wenige und dann sind sie auch nur sehr kurz geraten. Die Szenerie passt aber wie die Faust aufs Auge zum Horror-Thema. Wie bereits erwähnt handelt es sich um ein Gothic-Horror-Ding und aus diesem Grund kann man im Laufe des Spiels mit einigen dunklen und eklig-feuchten Bereichen rechnen, womit man wirklich das Gefühl hat, in einem waschächten Horrorspiel zu stecken. Es gibt Gebiete, in denen man vor lauter Wolken den Himmel nicht sieht und kommt auch durch beschauliche Dörfer, die ihre Straßen mit sehr viel Blut und ziemlich toten Leichen dekoriert haben. Hier kommt jedenfalls sofort gute Laune auf. Sehr schön ist auch der Soundtrack und die Musik ist wahrscheinlich die beste, die ihr seit langem in einem Rollenspiel gehört habt, sofern ihr Shadow Hearts noch nicht schon gespielt haben solltet. Der Soundtrack ist einfach so unfassbar gut komponiert und es gibt viele brillante Tracks, die das Horror-Thema noch viel besser machen und es einfach zum Leben erwecken. Es enthält eine Mischung aus düsteren und kräftigen Themen sowie auch einige heitere Stücke. Jede Situation hat die zur Stimmung passende Musik und davon kann sich selbst Final Fantasy eine große Scheibe abschneiden. Wo jetzt Shadow Hearts allerdings nicht ganz so glänzen kann, ist die Sprachausgabe. Insgesamt bekommt man sie nur in den Zwischensequenzen zu hören, was aber jetzt nicht unbedingt ein Nachteil ist, denn wenn die Protagonisten ihren Mund aufmachen, wünschte man sich sofort, dass man die Sprachausgabe am besten komplett weggelassen hätte. Es ist immer wieder erstaunlich, dass genau dieses Element ein Ding ist, das zu 99% in allen Spielen viel zu wenig Aufmerksamkeit oder Geld für die Produktion erhalten hat, aber auf der anderen Seite so unfassbar wichtig ist. Vielleicht sogar noch wichtiger als eine gute Grafik. Im restlichen Spiel erhält man jedenfalls Unmengen von Text zu lesen, was an sich nicht schlecht ist, da wenigstens die Geschichte recht spannend ist. Und es ist einfach eine Schande, eine so exzellente Story mit Stimmen so schön wie eine Darmspiegelung zu versauen. Ein Spiel besteht aber zum Glück nicht nur aus Pixeln und Ton. Und was das Gameplay betrifft, so bietet Shadow Hearts vermutlich das Beste, was damals und auch heute das Rollenspieluniversum zu bieten hat. Eines der größten Innovationen von Shadow Hearts war vermutlich der allseits beliebte Judgment Ring. Grundsätzlich erscheint der Ring immer dann, wenn man versucht eine Aktion auszuführen. Es gibt also diesen Ring, wenn man angreift, wenn man zaubert, wenn man einen Gegenstand benutzt, wenn man die Lautstärke runterdreht, um die beschissene Sprachausgabe nicht zu hören. Beim Kaffeekochen, auf dem Klo und auf dem Klo. Immer wenn der Ring erscheint, verdeutlicht er einem je nach der ausgewählten Aktion eine unterschiedliche Anzahl an Treffer und Schlagbereichen. Sobald der Ring erscheint, beginnt ein Balken sich über den Ring zu bewegen. Eure Aufgabe ist es nun den huschenden Balken über allen Treffer und Schlagbereichen des Rings zu stoppen. Diese Bereiche sind zum Glück leicht zu erkennen, da es sich um die farbigen Bereiche auf dem Ring handelt. Wenn ihr nun in der Lage seid, die Latte in einem Angriffsbereich zu stoppen, verursacht man somit einen größeren Schaden. Wer den Ring verfehlt, greift auch nicht an. Im Prinzip eine komplett einfache Sache. So einfach aber die Sache auch scheint, bedeutet dieser Ring aber auch, dass jeder, der eine Hand-Augen-Kombination wie ein Stück schimmliger Käse hat, auch dementsprechend Probleme mit dem System haben wird, da eben euer Schicksal bzw. das Geschick im Kampf eurer Charaktere eben von Geschick eurer Kackbratzen abhängt. Für Freunde des klassischen Rollenspiels hat man natürlich auch nicht auf ein rundenbasiertes Kampfsystem verzichtet. Aber da es eben den Ring gibt, wird man nicht hirnlos auf seine Tasten einhämmern. Schenkt dem Ring also die Aufmerksamkeit, die er verdient hat. Auf dem Bildschirm wird man im Kampf die klassischen HP und MP-Werte sehen. Wer aber seine Glotzbäbel noch weiter aufmacht, wird einen weiteren Wert namens SP finden. Dieser Wert steht für Sanity Points und gibt Aufschluss über die geistige Gesundheit eures Charakters. Pro Runde wird jeder Charakter einen SP-Punkt verlieren. Geht der Wert gegen 0, verwandelt sich euer Held in einen Berserker und gerät komplett außer Kontrolle, was dann auch bedeutet, dass ihr ihn nicht mehr manuell steuern könnt. Zudem verbraucht Yuri für eine Fusion mit einer Dämonenseele eine bestimmte Menge an SP. Aber einmal fusioniert, wird er pro Runde trotzdem nur einen SP-Punkt verlieren. Dennoch sollte man diesen Wert nie aus den Augen verlieren. Während man sich im Kampfgetümmel befindet, wird man vermutlich zu einem Zeitpunkt auch feststellen, dass jeder Charakter über seine ganz persönlichen Fähigkeiten verfügt. Wer fein aufgepasst hat, weiß, dass sich Yuri mit Dämonen fusionieren kann. Alice ist die Heilzauberin und Susan legt gerne Feuer. Jede Fähigkeit ist zudem bestimmten Elementen zugeschrieben und pro Level-Aufstieg wird man auch neue Fertigkeiten erlernen können. Aber insgesamt wird man keinen Spielraum haben, seinen Charakter individuell anzupassen, da er seinen eigenen festgelegten Pfaden folgen wird. Was meiner Meinung nach aber das ganze Rollenspielgedöns etwas einfacher macht. In Shadow Hearts gibt es zwar eine quasi unüberschaubare Menge an Nebenmissionen, die werden aber allesamt nicht allzu viel von eurer Zeit stehlen und in der Regel sind sie auch nicht so wirklich anspruchsvoll. Einige von ihnen kann man auch beinahe übersehen, aber man sollte auch noch so jede kleine Mission in Betracht ziehen, denn es wartet jedes Mal eine anständige Belohnung auf euch. Des Weiteren gibt es im Spiel auch ein seltsames Lotteriesystem. Und ihr habt es vielleicht auch schon erraten, denn auch in der Lotterie kommt der gute Ring in einer Art Minispiel zum Einsatz. Um teilzunehmen muss man allerdings erstmal andere Lotterie-Teilnehmer finden. Dann dreht man am Ring und wer gute Reflexe hat, kann unter Umständen sogar einen guten Preis gewinnen. Oft findet man vielleicht aber auch nur Käse, den man aber dann für kleines Geld weiterverkaufen kann. Ein weiteres Ding, das einem etwas seltsam vorkommen kann, ist das Kampfsystem, mit dem sich Juri die Seelen der Monster verdient. Es ist jetzt nicht direkt der Kampf, der seltsam ist, sondern die Mechanik dahinter. Je mehr tote Seelen er abschlachtet, desto mehr Bosheit wird erzeugt. Hat man die komplette Unterwelt gegen sich aufgebracht, darf man sich in den Schlachten auf ein Stelldichein mit dem Sensenmann freuen, der einem mit Leichtigkeit den Arsch aufreißen wird. Auf der einen Seite sind die Seelen äußerst nützlich im Kampf, aber auf der anderen Seite muss man einen hohen Preis dafür bezahlen, um überhaupt in den Besitz zu kommen. Trotzdem lohnt sich die Gefahr und man muss auch sagen, dass insgesamt die Charakterentwicklung und des Bosheitsmanagements sehr gut ausbalanciert ist. Shadow Hearts hat insgesamt einen etwas höheren Schwierigkeitsgrad als die meisten anderen Rollenspiele, was man auch in den Bosskämpfen hart zu spüren bekommt, von denen es definitiv nicht mangeln wird und für manche einen sogar zu viel des Guten sind. Die Kämpfe basieren zudem auf verschiedenen Elementarfähigkeiten, was manche Geplänkel auch in die Länge ziehen können, wenn man nicht die passende Gruppe zusammengestellt hat. Und selbst wenn man das perfekte Team in den Kampf schickt, wird man überrascht sein, wie zäh die Bosse sind. Was das Ganze dann noch spaßiger macht, sind Ringanomalien und Statuseffekte, die den sofortigen Tod eurer Truppe bedeuten können. Man kann sich auch mit Items eindecken, die fast einen jeden Statuseffekt abdecken. Allerdings kostet der Kram meist mehr, als man Geld hat. Wer durch das Spiel huschen möchte, kommt für ein Rollenspiel relativ schnell zum Ende, was aber dann immer noch bedeutet, dass man mindestens 25 Stunden einrechnen muss. Mit allen Nebenmissionen sind es dann nochmals 10 Stunden mehr auf dem Konto. Was das Spiel aber in die Länge ziehen kann, ist eben der leicht knackige Schwierigkeitsgrad, was für Neulinge definitiv zu einer Belastung werden könnte. Alles in allem ist Shadow Hearts mit seinem neuen Kampfsystem und dem großartigen Soundtrack wohl eines der besten Rollenspiele, das man auf der PS2 finden kann. Es bietet eine fesselnde Story im Gothic-Horror-Setting und jeder, der was auf sich hält, muss dieses Spiel gezockt haben. Fans von KDLK haben ohnehin keine andere Wahl, als sich Shadow Hearts zu holen und wer dann noch nicht genug hat, kann sich auch gleich noch nach den Nachfolgern umsehen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala Tritra 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 Tritra